Hey Leute, heute mit dem Thema Kontaktsperre. Und was dann? Ihr wisst schon, wenn die Ex sich nicht gemeldet hat. Darüber macht ihr euch kurz nach der Trennung oder wenn ihr euch gerade in die Kontaktsperre reinbegeben habt, relativ wenig Gedanken. Ihr habt zu tun, habt eure Mission, müsst wieder zu euch selbst finden und ackert im besten Fall ordentlich für euch. Was ich jetzt aber auch im eigenen Leib festgestellt habe, selbst mit der heftigsten Disziplin ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Was damit angefangen hat, dass man sich selbst finden konnte und neue oder alte Dinge für sich entdeckt hat, die einen erfüllen, dass man wirklich Fortschritte von Woche zu Woche gesehen hat, das endet irgendwann unweigerlich. Und wenn man permanent den Fokus da drauf hatte, ist das erstmal erschreckend. Das Video richtet sich an die von euch, denen es genauso geht oder die sich fragen, ob es jetzt ewig so weitergehen soll oder muss. Und an die, die noch am Anfang stehen, vielleicht den Blick noch nicht ganz auf sich gerichtet haben, die aber zwangsläufig dahin müssen, um durch die Ex nicht mehr dieses massive Mangelbewusstsein zu empfinden. Der Weg, den ich euch kurz nach der Trennung weise, ist der einzige, der euren Selbstwert wiederherstellt und euch besser macht als vorher. Den habe ich nicht erfunden. Der ist nicht so festgefahren, wie ich es euch manchmal sage, weil ihr sonst macht, was ihr wollt. Aber er ist hilfreich. Sowohl ihn zu gehen, als auch ihn in seiner Einfachheit zu verstehen. Ihr füllt die Lücke, die eure Ex gerissen hat, damit, dass ihr euch selbst mit euren Taten bestätigt. Für die unter euch, die vorher noch nie eine wirkliche Aufgabe hatten, wird das umso erfüllender. Alle anderen finden wieder zu sich selbst zurück und lernen innere Ruhe und Zufriedenheit. Und daraus machen sie dann mehr, als sie in oder vor der Beziehung hatten. Also, Stichpunkt Trennung. Erstmal müsst ihr mit euch selbst klarkommen. Vielleicht noch an etwas glauben. Vielleicht es direkt aufgeben. Je nachdem, was euch in eurer individuellen Situation mehr nützt und euch weiterbringt. Ums Verarbeiten werdet ihr nicht rumkommen und ihr solltet euch auch nicht davor drücken. Nutzt die erste Zeit dafür. Ihr solltet trauern. Das ist nichts Negatives. Aber tut das für euch und gebt euch nicht der Verzweiflung hin, etwas an der Trennung selbst ändern zu wollen. Das schadet euch langfristig. Holt euch zur Not Hilfe. Sprecht mit einer neutralen Person oder mit Freunden, die nichts mit der Ex zu tun haben drüber. Ist der erste Schwall an Verzweiflung überstanden, steht ihr vor einem neuen Problem. Was macht ihr mit eurer Zeit? Wenn ihr sie nicht verplant, dann lebt ihr in eurem Kopf und da ist gerade die Hölle los. Hier ist Ablenkung nebenher vielleicht noch in Ordnung. Putzt eure Bude, bewegt euch. Versucht eine Routine in euren Alltag zu bekommen. Zumindest der Tag-Nacht-Zyklus sollte im Großen und Ganzen geregelt sein. Ab einem gewissen Punkt lenkt ihr euch aber sinnloserweise ab. Da bringt es euch mehr, diese Zeit mit etwas zu füllen, das euch körperlich und psychisch weiterbringt. Empfohlen wird hier logischerweise Krafttraining oder Sport im Allgemeinen und ein Weg, seine Gedanken zu ordnen. Vielleicht auch einfach mal in sich zu gehen und einfach nur zu sein, statt permanent den Gedanken nachzugeben. Also in dem Fall Meditation, Schreiben, Singen, Malen. Was euch einen gewissen inneren Frieden gibt und euch vielleicht sogar nach kurzer Zeit erfüllt. Was Kreatives, womit ihr zum einen den negativen Gedanken entfliehen könnt, aber zum anderen in der Realität lebt und etwas Sinnvolles mit eurer Zeit anfangt. So, damit werdet ihr nicht direkt stabil und Träger werden weiterkommen. Das lässt sich nicht komplett vermeiden. Hier ist Willenskraft und Stoizismus gefragt. Es geht immer noch darum zu verarbeiten, was einen vielleicht weiterbringt. Aber was das nicht tut und einen nur runterzieht, dem wird ein Riegel vorgeschoben und es wird sich wieder dem gewidmet, was einen voranbringt. Dann kann man langsam mit der wirklichen Arbeit anfangen. Euer Leben besteht aus fünf Säulen und die lauten Gesundheit und Fitness, euer sozialer Kreis, eure Arbeit und damit eure Sicherheit, eure Hobbys und eure Werte bzw. euer Innerstes. Jetzt schaut ihr euch jede dieser Säulen an. Bei den meisten von uns ist das Hobby das ausgeprägteste. Da hat man am wenigsten Arbeit mit, was zu finden, was einem Spaß macht und einen erfüllt. Hier lohnt es sich manchmal auch, was Neues auszuprobieren. Der soziale Kreis. Entweder man verbindet es mit dem Hobby, dem Sport oder sonst etwas, wobei man unter Leute kommt und schaut ganz genau, ob man Leute in seinem Umfeld hat, die einen weiterbringen. Das muss nicht bierernst genommen werden. Es kann auch einfach so sein, dass sie für euch da sind und euch zum Lächeln bringen. Da könntet ihr wieder mal ein paar Treffen anleiern und ein bisschen was planen. Ist dann gleichzeitig Ablenkung, Eigennutz und Sozialkompetenz. Weiter zu eurer Arbeit. Macht ihr was, was euch ankotzt, dann ändert es. Oder steckt mehr Zeit und Energie in eure Arbeit, um es euch zu ermöglichen, das zu erreichen, was ihr gerne machen würdet. Oder baut euch stattdessen nebenher was auf. Probiert aus, sucht euch was Sinnvolles. Vielleicht habt ihr schon genau das, was ihr wollt. Dann vernachlässigt es nicht, weil es euch gerade nicht gut geht. Es wird euch nicht besser gehen, wenn ihr das auch noch verliert. Gesundheit und Fitness. Setzt euch klar definierte Ziele und passt euch an, damit ihr mehr vom Leben habt. Es bringt euch nichts, wenn ihr ein unsportliches Wrack seid und keiner kann mir erzählen, dass er mit 30 Kilo Übergewicht sich wohlfühlen würde. Zumindest nicht, wenn er es von einem Tag auf den anderen ändern könnte. So schnell geht es nun mal nicht. Aber deshalb ja auch jetzt anfangen, wo ihr die Zeit und Energie dafür habt. Weiter im Text. Werte. Baut euren Frame auf. Werdet der, der ihr sein wollt und als der ihr gesehen werden wollt. Das beginnt bei der Selbstakzeptanz. Ihr müsst erstmal akzeptieren, wer ihr gerade seid und welche Eigenarten ihr habt. Gehe ich nochmal in einem anderen Video drauf ein. Viele von euch sehen das viel zu oberflächlich und verstehen den Sinn dahinter nicht, bis sie selbst drauf gekommen sind. Und dann baut euch darauf zum ernstzunehmenden Mann auf. Ist eigentlich der wichtigste Schritt für eure Zukunft, da euer Innerstes dafür verantwortlich ist, etwas abzufangen, wenn mal eine andere von den Säulen wegbrechen würde oder zu kurz kommt. Habt ihr das gemacht, dann ist euer täglicher oder wöchentlicher Terminplan voll. Ihr bekommt ein Erfolgserlebnis nach dem anderen, das euch mehr oder weniger weiter motiviert. Je nachdem, worauf ihr mehr den Fokus legt, kann es sein, dass ihr immer wieder kleine Spitzen in eurem Alltag habt, die euch aber nicht erfüllen können, weil ihr selbst gar keine Basis habt, um sie wirklich aufzunehmen. Das sehe ich bei vielen so, die ihr Innerstes vernachlässigen. Das ist anfangs auch noch in Ordnung so, weil euer Fokus noch nicht auf euch gerichtet ist. Ihr bewegt euch mit diesen Aktionen immer mehr auf euch zu, müsst aber erst aus dem Orbit eurer Ex raus. Quasi einmal rausgezoomt, um euren Erfolg neben ihrem Podest sehen und genießen zu können. Apropos genießen. Ihr braucht auch teilweise Ruhe und beispielsweise zur Gesundheit gehört ausreichend Schlaf dazu. Es bringt euch nichts, euch körperlich kaputt zu machen, weil ihr nur drei Stunden pennt. Und auch eure Konzentration. Vielleicht habt ihr genug Energie und den Willen dazu, etwas für euch zu erreichen. Aber macht ab und zu mal Pausen. Wie die aussehen, ist egal. Es muss zu euch passen. Ob ihr euch ein Buch nehmt, raus in die Natur geht, zockt oder sonst was. Es geht hier auch nicht um Ablenkung. Ihr sollt nicht in Gedanken an die Ex abdriften, aber einen Ausgleich dazu haben. Da können natürlich, wie vorhin genannt, kreative Hobbys bei helfen. Und bei allem, was ich gerade aufgezählt habe, da merkt ihr schon, dass ihr in dieser Zeit verdammt viel erreichen könnt. Gerade dann, wenn ihr euch zum Ziel gesetzt habt, da rauszukommen, wieder glücklich zu werden, euch selbst in euer Leben zu steigern. Jetzt kommen wir aber langsam an den Punkt, an dem ich und viele andere inzwischen sind. Es ist inzwischen keine Kontaktsperre mehr. Sie ist eine Erinnerung. Nicht mehr, nicht weniger. Ich fühle mich ihr nicht mehr verbunden. Und in dem Zustand, in dem wir auseinandergegangen sind, ist sie uninteressant für mich, da ich weit übers Ziel hinausgeschossen bin. Und jetzt kommt der Alltag. Immer mehr Zeit wird von Gewohnheiten und Routinen eingenommen. Der Drive ist irgendwo noch da, weil ich mich in meiner Handlungsweise und durch die entsprechenden Ergebnisse bestätigt habe. Aber soll das mein Leben lang so weitergehen? Der Tag hat nicht genug Zeit, um an jeder Säule dieselben Fortschritte zu machen wie noch am Anfang. Hier muss man eben auch sehen, dass es wie bei allem ist, was man lernt oder sich aneignet. Der Anfang geht immer recht schnell. Je weiter man kommt, desto langsamer wird auch der Fortschritt. Man wird immer besser, aber man muss sich irgendwann auf bestimmte Dinge konzentrieren oder sich sogar spezialisieren. Stillstand ist natürlich Schwachsinn. Ihr werdet mit dem, was ihr bisher erreicht habt, weiter vorankommen. Man nimmt sich nur mal die Säule Gesundheit und Fitness. Habt ihr mit fünfmal die Woche Training angefangen und müsst jetzt auf vier runter, macht ihr vielleicht nicht mehr so schnell Fortschritte, könnt aber das halten, was ihr habt. Und es geht einfach nur langsamer voran als vorher. Die Essgewohnheiten, die ihr neu für euch entwickelt habt, bleiben auch gleich und sorgen dafür, dass ihr langfristig gesünder lebt. Das heißt, ihr müsst hier nicht noch eine Schippe drauflegen. Es bringt euch nichts, wenn ihr dafür andere Dinge vernachlässigen müsst, die euch insgesamt weiterbringen und euch wichtiger sind. Und witzigerweise vergessen wir hier, wenn wir an Selbstoptimierung und Persönlichkeitsentwicklung denken, gerne mal das Ruhe und das Glück zu genießen, der eigentliche Grund war, weshalb wir damit angefangen haben. Ihr könnt und sollt das Pensum nicht halten, das ihr nach der Trennung an den Tag gelegt habt. Ihr sollt nur nicht von einem Extrem ins andere abdriften. Es bringt nichts, drei Monate Vollgas zu geben und dann so am Arsch zu sein, dass ihr einen Monat Pause von allem braucht, indem ihr wieder dahin zurückrutscht, wo ihr hergekommen seid. Und das in geringerer Ausprägung sehe ich immer wieder. Ab einem gewissen Punkt solltet ihr euch gut genug kennen, daher ja auch Akzeptanz, Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung, dass ihr wisst, was ihr euch langfristig zutrauen könnt, was ihr durchhalten könnt. Da darf man gerne mal zeitweise an die Grenzen gehen bzw. versuchen darüber hinaus zu gehen. Gerade nach der Trennung war das nötig, um euch wieder auf den Stand zu bringen, an dem ihr für euch selbst stehen könnt. Aber es ist vollkommen normal, dass ihr nicht für immer so am Limit abgehen müsst. Das schafft kein Mensch, das ist ineffizient. Nach längerer Zeit handelt es sich nicht mehr um eine Kontaktsperre. Ab da geht das Leben wieder vollständig in eure Hände über und ihr könnt euch in jede Richtung entwickeln, solange es nur irgendwie vorangeht. Ihr könnt aus dem, was ihr über euch und diese ganzen Dynamiken gelernt habt, so viel für euer Leben machen. Bleibt nicht ewig in der Kontaktsperrenschublade. Schaut, dass ihr an einen Punkt kommt, an dem ihr unbedürftig eurer Ex gegenüber seid und den Fokus auf euch verschoben habt. Behaltet euch dann immer im Mittelpunkt eures Lebens und schaut, dass ihr Tag für Tag euren Frame haltet. Seid der, der ihr werden wollt. Seid offen für neue Möglichkeiten und lebt nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist gut, um seine Lehren draus zu ziehen, aber nicht um dort zu leben. Dafür ist die Gegenwart da. Und nur dafür, diese schöne Gegenwart zu schaffen, seid ihr in die Kontaktsperre gegangen. Für mehr ist die nicht gut. Aber das sollte ausreichend sein, um sie anfangen zu wollen und durchzuziehen, wenn man gerade so am Boden ist. Ob man die Ex zurück will oder nicht. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.